Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Expeditions Roam. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, beziehungsweise was wir erlebt haben. Wir haben den Bereich, die Region Troas, eingenommen im Großbereich Asia Minor, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Wir haben uns mit Mithridates im Fischerdorf getroffen und versucht zu verhandeln. Ein paar unserer Legionäre konnten wir befreien, das ist schon mal ganz gut. Aber wir müssen uns jetzt noch der Befriedung der Region Troas widmen, um dann endlich ein paar Sachen einzunehmen, mit denen wir dann Gott sei Dank anfangen können, Waffen zu schmieden, Rüstung zu schmieden. Da bin ich jetzt richtig, richtig scharf drauf, deswegen, wir machen nicht lang rum. Geht direkt weiter, Abrichtung, Befriedung der Region. Das wird ein riesengroßer Spaß. So, Begleiterauswahl, Befriedungsmissionen wie diese müsst ihr an eine Gruppe Praetorianer übergeben, die von einem eurer vertrauenswürdigen Begleiter angeführt werden. Ja, das machen wir natürlich. Der gute Keso wird das übernehmen. Wir selber dürfen ja natürlich mal wieder nicht. So, darf nicht mit einem Begleiter... Ach stimmt, wir müssen ja wieder die Geier benutzen. So, da wäre es jetzt natürlich ganz ideal gewesen, wenn wir hier noch ein paar zusätzliche gehabt hätten. Also ich glaube, wir müssen echt nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal den einen oder anderen... Wisst ihr was, wir machen das einfach mal ganz kurz, bevor wir hier loslegen. Und noch ganz kurz zurück. Und werden uns noch einen zusätzlichen Centurio, beziehungsweise Praetorianer organisieren, mit dem wir dann die Befriedungsmission spielen. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Daran habe ich nämlich im Vorfeld gar nicht gedacht, dass wir hier wirklich mit maximaler Mannstärke reingehen können, weil das kann doch schon ein bisschen anstrengender werden, das ganze Thema. So, gleichgültig, loyal, jetzt müssen wir mal gucken. Umgängliche Person reagiert doppelt so stark auf alle Handlungen, die sind... Ja, okay. Speer, draufgängerisch. Was hast du, du hast, du hast, du hast, äh, Doppeldolch. Du bist, du bist ein richtig cooler, bist ein richtig cooler Typ mit deinem Doppeldolch. So, du hast ein Dolch und, äh, ein Gladius. Du bist, äh, auch cool. Dich kenne ich, du bist ne Arsch. Sorry. Ähm. Da ist so ein bisschen die, die, die gleiche Richtung an, an, an Leuten, die ich hier dabei habe. Er wäre so wieder der Klassiker mit, äh, mit Schild und Schwert. Irgendwie, weiß ich nicht, finde ich ihn oder ihn, finde ich ganz interessant. Er ist halt, er hat halt schon echt viel, müssen wir mal dazu sagen. So, wir nehmen ihn mit. Ähm, er hat auch noch nichts zum Aufsteigen. Machen wir nicht lange rum. Reisen wir zurück. Und befrieden die Region. Wenn es insoweit, dass wir endlich anfangen können mit dem Crafting. Da bin ich wirklich mal gespannt, was uns da, äh, was wir da alles craften können. Wir haben ja schon, äh, hier irgendeinen Teil von einem legendären Schwert gefunden. Wo ich, ähm, ganz, ja, äh, scharf drauf bin, um es wirklich mal so, so direkt auszudrücken. Äh, was uns denn da erwartet? So, jetzt sind wir auf jeden Fall voll. Im Sinne von Gefährten, im Sinne von Praetorianern, im Sinne von, wem dürfen wir jetzt gleich auf den Schädel hauen? So, was müssen wir machen? Zerstört alle sieben Waffenbündel. Ja, äh, das, äh, nehmt eure Fackeln von einem Lagerfeuer. Okay, okay, check, check, check. There is a Lagerfeuer hier oben. So, jetzt müssen wir erstmal kurz schauen. Bogen schützen. So, dich positionieren wir erstmal hier oben. Und, ähm, hier sind eins, zwei, drei Gegner. Äh, ja. Da ist noch ein Gegner. Okay, du bist hier der Chef. Naja, ähm, dann lass uns doch immer mal schauen, ob das gut gehen wird. Die können wir auf jeden Fall in die Richtung hier werfen, das reicht. Dann darfst du erstmal anfangen zu brennen. Und ich denke mal, wenn wir ihn dann hier in die Richtung positionieren, mal schauen, wenn wir hier hochrennen. Das reicht auf jeden Fall auch. Und er hat, äh, Stachelfall. Ne, er hat ja gar keinen, er hat keinen Brandfall. Das ist natürlich blöd. Wirkt Blutung auf Gegner. Das ist natürlich, das ist natürlich stark. So, wir bewegen uns erstmal hier hin. Und. Wollen wir mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen mehr anzünden können. Das hier müssten wir nämlich vielleicht nochmal richtig anzünden. Können wir das, können wir das so weit werfen? Oder, ne, Abbrauch. Äh, lauf mal hier hin. Wenn das da unten alles brennt, ist das natürlich auch gut für uns. So, lass mal dichter nochmal hinlaufen, weil dann könnte man vielleicht hier nochmal was anzünden. So, können wir theoretisch gesehen, du bist ja so ein Bombenschmeißer. Kann mal sagen, ich hab daneben geworfen und dich aus Versehen angezündet. So, ich glaub, jetzt hat jeder mal, äh, was geschmissen. Und. Blutet oder verbrennt. Langsam, Stück für Stück. Ja, damit hab ich schon fast gerechnet. So, ein bisschen aufpassen, was hier noch passiert. Ihn müssen wir auf jeden Fall, äh, versuchen mal zu retten. Denn, schlagt zu, Geschwister. Sie werden uns nicht kommen sehen. Also, sollen wir hier mal schauen. Äh, betrifft mehrere Ziele. Ja, mobilisiert, äh, Begeisterung. Ohne Stoß. Ne, das wollen wir natürlich nicht machen, ne, oder? Kriegt er den hier? Den bringt er ja dann direkt um. Ja, den, ah, nein, den wollte ich, mh, das war taktisch extra. Extrem unklug. Ja, ähm, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass er, äh, dass das für ihn nicht gut enden wird. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz schauen. Fokus. Ich würde ihn ja irgendwie gerne löschen. Allerdings weiß ich nicht so ganz, wie ich das hinkriegen soll. Wir haben aber noch die Möglichkeit, ein paar Fackeln zu schmeißen. Wir kesseln uns hier ein bisschen ein. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, wenn wir hier, äh, 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 zusätzlich noch, äh, eine Fackel schmeißen. Ich verstehe, worauf ich hinaus will. Ja, ähm, aber ich glaube, Erfolgschanze bei dir ist, äh, nicht wirklich vorhanden. Den kriege ich auf jeden Fall nicht. Hier komme ich nicht durch. Ah, probieren wir es mal. Ja, ja, wusste ich. War eine schlechte Idee. War eine richtig, war eine richtig schlechte Idee. Ja, ich schmeiß mir hier auch noch runter. Brennt jetzt eigentlich alles? Ja, es brennt alles. Zünd wir dich auch noch an. Ja, lass einfach mal schauen, was passiert. Wir müssen halt irgendwie, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Das, äh, wird schon klappen. Wir können eigentlich nur hoffen, dass sie das, äh, einigermaßen überleben. Bevor sie wieder alle anfangen zu brennen, dann haben wir hier beide angezündet. Jetzt zurück mit euch in den Camp. Dann kommen wir auch noch welche. Wir müssen die mal ganz dringend da rausziehen. Ja, okay, okay, okay. Okay. Nutz! Ich habe keine Kraft mehr in den Beinen. So, mal schauen, ob wir hier irgendwie durchkommen. Noch brenne ich nicht. Aber es ist, glaube ich, gerade egal, wo ich mich hin bewege. Also, ich möchte eigentlich nicht, dass der gute Käse, äh, irgendwie drauf geht. Das ist immer so richtig schön scheiße. Und jetzt habe ich ihn auch noch aus Versehen in die Richtung bewegt. Das ist doch nicht mehr normal. Also, ich mache teilweise aber auch echt einen, einen Mist. Der Charakter verweigert Befehle. Echt jetzt? Na, ganz toll. Habe ich ja, das habe ich ja richtig gern, sowas. Na gut, äh. An der Stelle gibt es nicht mehr arg viel zu machen. Ich kann nur hoffen, dass die überleben und das hier alles verkokelt. Mehr kann ich wirklich nicht machen. Ich kann ja nur versuchen, hier vielleicht noch rüber zu rennen und... Ich habe hier richtig Mist gebaut. Hier sind wir gut geschützt. Seid bereit! Mein Blick verdunkelt sich. Ihr werdet mich niemals töten! Okay. Ich gehe mal hier hin. Und hier ebenfalls, dass man vielleicht versuchen kann, die hier noch mal so ein bisschen zu retten. Ja, plus 25 Schaden. Ähm, so. Wen kann ich jetzt von euch... Ja, okay. Zweimal. Aber dann... Kriege ich ihn auf jeden Fall hier mal raus. Und er kann drum rumlaufen. Ob das was wird? Ich habe keine Ahnung. Ja, leichte Verletzungen. Ich habe es nicht intelligent gemacht. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich muss ein bisschen besser auf die Auswahl der Gefährten achten. Der Praetorianer. Das ist... Das... So funktioniert das nicht. Es sieht nur so aus, als würde ich bluten. Das ist... darüber. Genau. Ja, klar. Ja. Ja. Warum habe ich denn da eigentlich gerade drauf geschossen? Das war gerade echt total dämlich. Ich habe doch gesehen, dass der Erfolgschancen 0 steht. Also ich bin manchmal auch echt ein helles Kärtchen. So, ich habe natürlich hier niemanden dabei, der auch nur ein bisschen was heilen kann. Das ist natürlich super. So, er ist verbrannt, das ist gut. Ja, du kannst dich gerne mal hier. Mach ruhig, alles in Ordnung. Wo kann der, können die, können die Sachen mal restlos verbrennen, bitte? Ich bin bei euch. Ah, schön. Leichte Verletzungen, sie haben alle überlebt. Von daher, es hat geklappt, obwohl ich Mist gebaut habe. Puh. So, dann können wir jetzt mal hier ganz kurz looten gehen. Das ist natürlich hier der Teil, der am meisten Spaß macht. Jetzt, wo sie alle wieder am Leben sind. Haufen Rüstung ist wahrscheinlich sowieso... Das meiste dürfte wahrscheinlich eh nur Schrott sein. Ich glaube nicht, dass jetzt hier die Super-Rüstung auf einmal dabei ist. Ja, wie wäre es mit aufnehmen? Hallo? Nun gut. Also er mag nicht. Also hier drüben geht nicht. Nee. Das lassen sie nicht zu. Und, äh, was weiteres zum Looten haben wir gar nicht. Den Rest... Nee. Da ist nichts mehr, was wir noch looten könnten. Ich meine, sehe ich hier auch nichts auf der Karte. Können wir die Karte verlassen und uns freuen, dass wir die Befriedung der Region hoffentlich mal abgeschlossen haben. Sektor erobert. Ja. Ja. Genauso muss das sein. Genauso. So nicht anders. So, das hier ist natürlich dann, äh, dürfte... Wobei, das ist eine andere Option. Ah, also, das heißt, wir haben hier zwei von diesen zusätzlichen Befriedungsmissionen. Ah, da kriegen wir dann Belohnung. 250 bis 400. Ah, okay, okay. Ah, okay. Ja, sonnenverbrannte Landschaft. Gut. Äh, kann bedeuten, eine Mithril... Äh, von... Da wir aber nicht so wirklich viel haben und ich das eigentlich gerne für was anderes nutzen möchte, machen wir das. Ihr seid eh verletzt. Euch muss ich eh mal heilen. Ähm... Ja, komm, wir nehmen dich. Ja. So, dann müssen wir uns wohl langsam mal zurückbewegen. Ja, die Gerberei haben wir auf jeden Fall mal, äh, eingenommen. Aber jetzt müssen wir uns noch zurückbewegen. Wobei, wartet mal. Wir versuchen mal... ...das noch einzunehmen. Können wir das vielleicht noch... So, das haben wir auch noch eingenommen. Äh, was haben wir denn hier noch zum Eingeben? Ähm... Ah, genau, hier. Ah, wir haben nicht genügend Ressourcen. Können wir aktuell nicht aussenden. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm... Darum müssen wir uns dann auch noch mal kümmern. Dann können wir mal einen Abstecher nach Troas zurück machen. Mal schauen, was wir jetzt, äh... Wir sind nämlich nicht sicher, ob wir mit den zwei Ressourcen übereingenommen haben, schon etwas bauen können, was uns weiterhilft. Und wir müssen uns auf den Angriff vorbereiten. Und in der Gruppenverwaltung mal schauen. Triage. Denn wir haben ja wieder zwei zusätzliche Verletzte. Weil das Gute ist, wir haben ja hier noch einen zusätzlichen Arzt. Der sich selber behandeln kann. So, äh... Das Gute ist, er wird behandelt und kann gleichzeitig behandeln. Ähm... Okay, er wird von ihm behandelt. Er wird für ihn behandelt. So, jetzt wird jeder behandelt. Genau das wollte ich. Sind sie alle super froh und jeder wird behandelt. Klasse. Perfekt. Wobei wir eigentlich hier, äh... Direkt mal unser Krankenzelt nutzen können. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Als das darüber zu machen. Und zwar indem wir... Dich... Ja. Kann ich dich nicht? Okay. Interessant. Äh... So, lass uns mal schauen. Wir haben Gerberei. Äh... Wir haben... Ja. Das war's. Wir brauchen noch die Eisenmine. Brauche noch die Eisenmine. So. Die haben wir jetzt erstmal nicht gekriegt. Ähm... Müssen wir mal in die Gruppenverwaltung sehen... Äh... Schauen, weil... Äh... Dachte ich jetzt eigentlich... Wenn ich hier die Behandlung beende, kann ich euch dann... Ähm... Hier reinstecken. Dann kann ich euch hier reinstecken. Und dann geht das auch wesentlich schneller, als wenn wir das per triage machen. Ja, so. Schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Gut. Seid aber wenigstens alle schön fleißig. Und... Jetzt können wir mal schauen. Jetzt haben wir hier doch so gar nichts mehr zu tun. Außer, dass uns langsam das Geld ausgeht. Wollen wir wirklich mal prüfen müssen. Ähm... So, dann lassen wir uns mal zurückgehen. Bisschen Zeit verstreichen lassen. Das wäre schön, wenn man die Zeit auch irgendwie im Lager verstreichen lassen könnte. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wir müssen uns auf den Angriff vorbereiten. Beziehungsweise mal schauen, ob wir halt mit unserer Legion... Äh... ...der Angriff erfolgen wird. Jetzt werden wir wieder vom Fuchs überfallen. Ah, ja. Wir probieren's. Werden wir verletzt? Ja, natürlich hat Sühneros wieder eine... Eigentlich sollte ich auf solche Sachen wirklich komplett verzichten, weil sie sich zwangsläufig jedes Mal schwer verletzen. Jedes Mal. So, und er hat jetzt eine ernste, schwere Verletzung, die wir ihm wieder nicht eilen können, weil wir keinen weiteren, ähm... Ja, ich würde mal jetzt Ausdruck Medikus dabei haben, keinen... Ah... Und natürlich ist unser Zelt auch voll. Was natürlich noch viel, viel besser ist. Muss mal grad kurz schauen, hab ich denn... Ja, das geht nicht. Äh... Können wir denn hier noch einen anheuern? So, wir haben noch Platz frei. Brauchen noch jemanden, der hier medizinische Fähigkeiten aufhält? Erste Hilfe. Erlaubt es einem Heiler zu verhindern, dass seine Verletzungen schlimmer werden. Ja, okay, das, äh... Das weiß aber jetzt nicht, ob er hier irgendwie fähig ist. So, wir gehen mal hier hin. Sühneros, ja, okay. Dich können wir hier rauspacken. Dann können wir dich hier reinpacken, weil deine Verletzung ist wohl schwerer. Und dann können wir... Kannst du dich... Kannst du dich selber behandeln? Er kann sich selber behandeln, das ist natürlich auch nice. Gut. Problem gelöst. Und wieder raus. Seht ihr, und das ist genau das, was ich meine. Diese, diese, diese ganzen Sachen. Ich muss hier was... Ich muss immer raus, ich muss immer rein, ich muss immer warten, bis man zum Tor rennt. Also... Ja. Es, 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 es frisst ein bisschen viel Zeit. Jedes Mal. Das muss aus meiner Sicht eigentlich nicht sein. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen intelligenter lösen können. Sehe ich zumindest so. Okay, die Eisenmine können wir nicht. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Was brauchen wir denn an Ressourcen für Voraussetzungen? Aber wir brauchen 25... Ah, guck mal da. Wir brauchen 25 Sklaven. Habe ich natürlich nicht gesehen, dass wir ja immer Sklaven brauchen. So. Voraussetzungen. 10 Sklaven. Belohnung, Geld. So, wieder zurück. Zwei Sklaven kaufen. Eisenmine einnehmen. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Und dann können wir das andere einnehmen. Wofür wir... Kein... Eigentlich... Jetzt ist das jetzt... Moment, 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 Moment. Schlechte Idee. Wir brauchen nämlich erstmal Geld. So. Und wieder zurück. Wisst ihr, was ich... Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist dieses ewige Rein- und Rausgespringen, wenn man dann einmal kurz was einfällt. Mal ganz kurz langsam. Wir brauchen... Voraussetzungen sind 10,9 Stunden. Check. 1200 Mannstärke. Haben wir 25 Sklaven. Wir haben nur 23. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Sklaven. Sklaven kosten Geld. So, jetzt haben wir hier Belohnung. Wenn wir hier Belohnung haben, wir nichts außer die Ressource. Wenn wir hier runtergehen zur Legionsmission. Voraussetzungen weniger Zeit, weniger Mannstärke und 10 Sklaven. Wir kriegen aber 250 bis 400. Dafür können wir uns zwar nicht so super viele Sklaven leisten, aber wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Geld. und Geld ist ganz gut. Und hier oben genau das Gleiche. Aber mit dem Geld müsste ich eigentlich... Ja. Lass uns mal schauen. 220, genau. Garolus ist geheilt worden. Passt. So, jetzt können wir einmal wieder kurz zurück. Und zumindest... Unsere ganzen... Gefährten, die ihr aktuell geheilt... Oder was auch immer werden. Was habe ich denn hier jetzt gerade Quest? Achso, das war die abgeschlossene Quest. Doch gerade. Haben wir denn so viele Dinge zu tun? Können wir hier nochmal kurz reingucken. Jetzt haben wir nur noch drei Sklaven. Aber wir haben zumindest mal 1000 Dinar. Das ist zumindest mal ein guter Anfang. So, ihr beide seid noch in Heilung. Das passt. Wurde nicht mehr lange dauern. Jetzt allerdings... Die Eisenmine haben wir noch nicht. Genau, das müssen wir noch machen. Müssen wir mal schauen, wie viele Sklaven wir denn zusammen kriegen. Vielleicht kann ich auch das ein oder andere... Die ein oder andere Ration verkaufen. Weil wir haben noch viele Rationen. Da könnten wir uns unter Umständen ein bisschen was dazu verdienen. So, jetzt erst mal gucken. Wir wollen Sklaven kaufen. Ne, wir wollen sie nicht verkaufen. Ja, genau so. Ne, eure Ressourcen. So, das war kompletter... Das war kompletter Quark. So. Wir wollen Sklaven kaufen. Können wir Sklaven auch... Wir können auch Sklaven gegen Rationen tauschen. 72 Rationen kriegen wir 15 Sklaven. So, und jetzt hat er keine Sklaven mehr. Ist natürlich doof, ne? Er hat keine Sklaven mehr. Ja, dann kriegen wir auch erstmal nichts mehr. So, jetzt lasst uns mal schauen. Gebiet verlassen. Mal schauen, wann denn der Angriff erfolgt. Oder habe ich das schon... Vergeigt? Nein, wir werden noch angegriffen. Jo, Pontische Armee greift Legio Victrix in Troas Region an. Wir sind zumindest ein bisschen stärker. Von daher mache ich mir da weniger Gedanken. So, was die Überlebensrate angeht. Die sieht wohl bei dir am besten aus. Nehmen wir nur 90. Nehmen wir auf jeden Fall mal dich mit. Ein bisschen mehr Moral fände ich eigentlich ganz nice. Aber wir können die geschützte Flanke machen. Das bedeutet, dass wir weniger Risiko haben. So, sprühen wir das Ganze mal vor. Gegner verlieren gut. Legionsmoral finde ich weniger geil. Gegnerische Mannstärke, Legionsmannstärke. Minus 300, minus 200. Wir verlieren ein bisschen was. Aggredi-Mini! Tronum exkostris Manipel Victus est. Gut. Mit gutem Beispiel vorangehen. Risiko für Centuriones haben wir jetzt nur 10%. Das ist natürlich dann auch ganz gut. Aus eigener Kraft. Gegnerische Mannstärke für Mr. Legionari. Da können wir ordentlich nochmal ins drauf geben. Und überlasse das gebrochene Manipel sich selbst, um nicht noch mehr... Ja gut, aber das... Nein, das machen wir nicht. Mit gutem Beispiel vorangehen. Wir kriegen Legionäre zurück. Das machen wir. So, haben wir geschafft. Legionsmoral ein bisschen stärken, fände ich. Wäre gar nicht mal so schlecht. Gnade zeigen. Aber wir wollen eigentlich so viele wie möglich von ihnen loswerden. Die wurden gänzlich vernichtet. Das ist natürlich noch besser. So, er hat wieder ein bisschen was dazugekriegt. Wir müssen dringend dann mal schauen, wie wir dem... Oder dass wir die Legionsmoral ein bisschen hochkriegen. Wir haben 500 Mann verloren. Das war viel, aber reicht. Armee-Erfahrung. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben eine sehr, sehr hohe Erfahrung. Ich weiß nicht, wie die Boni ganz genau bei der Armee-Erfahrung aussehen, was den Kampf angeht. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich versuche das auf jeden Fall auch mal rauszufinden, welchen Einfluss diese Werte hier haben. Und sag euch das dann. Armee-Moral hier wirkt sich auf die Fähigkeit, Missionen abzuschießen. In einer Schlacht erhöht jeder Punkt-Moral die Stärke um 10. Deswegen sage ich ja, wir müssen die Armee-Moral hochkriegen. Und ich hoffe, dass wir mit der einen oder anderen Baute, die wir in unserem Lager noch errichten können, wie ein Bad etc. Ich weiß auch nicht, was wir bauen können. Vielleicht ein Freudenhaus, wer weiß. Die Legionsmoral nochmal steigern können. Dann gehen diese Angriffe auch ein bisschen einfacher vonstatten. Wir haben 6 Sklaven, wir haben 11 Denar, wir haben 22 Rationen erbeutet. Und damit haben wir einen fehlenden Sklaven. Ja, ein fehlender Sklave. Das ist, damit wir hier wirklich auch noch die Eisenmine kriegen. Das hier können wir nicht angreifen. Das hier oben könnten wir theoretisch gesehen angreifen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir daraus auch ein Sklaven kriegen. Allerdings würde ich erstmal gerne das hier so weit abschließen. Beziehungsweise, wir haben es ja eigentlich schon geschafft. Die Region Kützikos einnehmen. Meine 2381er Mannstärke. Das ist nicht arg viel mehr, als wir aktuell haben. Ich würde gerne mit einer besseren Mannstärke rangehen. Deswegen warten wir erstmal. Aber hier. Ja, schickt eure Legionsmissionen um den Vorposten als Garnisonen zu. Genau, hier. Dass wir dann hier einen Abstecher hin machen. Oder hier unten nach Mysia. Was haben wir hier? Legionsmissionen, wiederholbar. Genau. Jagdgrund. Ach, das können wir auch noch machen. Bauernhof. Achso, ja, nee. Das kostet uns ja... Also hier, das kostet uns nichts, außer Männer. Und hier, das kostet uns 50 Dinar und 15 Sklaven. Und hier haben wir ja den Steinbruch. Ein bisschen deutlich auf der Karte zu machen, fände ich mir auch gar nicht so schlecht. Aber wir brauchen eigentlich die Eisenmine. Das heißt, das hier, ähm... Voraussetzung, Belohnung, 10 bis 20 Sklaven, fände ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Könnte man auf jeden Fall machen. So, lassen wir mal laufen. Dann kriegen wir auf jeden Fall mal Sklaven zurück. So, und damit haben wir genügend Sklaven. Äh, das hier können wir jetzt aktuell mal nicht machen. So, jetzt können wir es machen, dass wir uns hier nochmal unsere... Rationen zurückholen. So, könnt ihr schauen. Jetzt haben wir das alles hier gemacht. Sonst, äh, haben wir hier nichts mehr. Das hier unten, das können wir noch nicht machen. Da müssen wir wohl die andere... Da müssen wir die andere Region noch einnehmen. Das ist ein Brunnen. Ähm, genau. Haben wir alles? Soweit. Gerberei müssen wir auch noch machen. Aber jetzt, äh... Warten wir erstmal ganz kurz, äh, bis wir hier genügend Power haben. Und dann holen wir uns die Eisenmine. Diese Schweinchen werden uns nicht lange satt machen. Wir sollten darauf warten, dass ihre Eltern zurückkommen. Um dann auf ihren Hauern aufgespießt zu werden? Ich sage, wir nehmen die Frischlinge und belassen es dabei. Das ist neu. Bis jetzt, äh, gab es in diesen Sequenzen keine Vertonung. Das ist, äh, schön. Dann muss ich das selber nicht mehr vorlesen. Ja, ähm, wir erlegen die Jungen und dann hauen wir wieder ab. Ähm, genau. Mission, äh, die läuft noch. Und, äh, damit haben wir die Eisenmine. Jetzt können wir das hier unten auch wieder machen. Sehe ich hier gerade. Und, äh, können wieder ein bisschen Geld verdienen. So, schön. Haben wir wieder ein bisschen was dazu verdient. Schön, dass man diese wiederholbaren Missionen immer mal wieder machen kann. Aber, allerdings, ähm, muss ich dann auch eher sagen, diese einzelnen, äh, Teile, oder das Einzelne, was wir hier machen können, ist dann doch immer so ein bisschen, ähm, ja, nach dem Rinse and Repeat, äh, ähm, ja, Motto, äh, abwischen und weiter. Und dann, äh, ja, nochmal und nochmal und nochmal. Also, wir machen eigentlich nichts anderes als, ja, wir wiederholen uns eigentlich immer. So, Stück für Stück. Weiß nicht, ob ich das so super cool finde. Genau, dich wollten wir hier. Noch einen zusätzlichen Doktor. Jetzt bauen wir uns. Unsere Schmiede. Wir haben eine Waffenkammer gebaut. So, die große Frage. Gut, dann können wir mit dem guten Sextus jetzt mal über das ganze Thema reden. Vor allem auch über die Sichelklinge, die wir gefunden haben. Wie und was wir jetzt mit der Schmiede anfangen können, das, meine Freunde, sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Deswegen an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, äh, dann wie immer, lasst gern, äh, ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut.